Kunst im Krankenhaus, das ist das Motto der neuen Grazer Galerie Sigmund Freud. Die Bilder im Verwaltungsgebäude der Landesnervenklinik sollen auch das Interesse gesunder Menschen wecken und damit das nach wie vor häufig vorhandene Unbehagen gegenüber einem psychiatrischen Krankenhaus beseitigen helfen. Eröffnet wurde die neue Galerie mit Werken von Peter William Gray aus den USA. Blue on Blue, Blau auf Blau, heißt der Zyklus, den der 60-jährige Maler, Philosoph und katholische Priester Peter William Gray derzeit im LSF zeigt. Für mich ist Kunst keine Religion. Für mich ist Kunst die Möglichkeit, etwas Geheimnisvolles, Tiefes auszudrücken. Ich meine, wie kann man mit Menschen über so etwas Mysteriöses wie die Auferstehung Christi sprechen? Ich kann das mit meinen abstrakten Bildern am besten vermitteln. Bei der Vernissage hat Peter William Gray, begleitet vom Pianisten Andreas Wojke, innerhalb weniger Minuten spontan zwölf weitere Bilder gemalt. Live-Painting nennt sich das Ganze. Wenn man sozusagen mit der Kunst in Berührung kommt, kommt man vielleicht mit etwas Heil in Berührung von sich selbst. Und das wollen wir damit ausdrücken. Wir wollen ja auch kein Krankenhaus sein, sondern ein Haus des Heilens, ein Haus der Genesung. Und das ist ein weiterer Akzent dafür. Die Bilder von Peter William Gray in der Galerie Sigmund Freud sind noch bis zum 6. Mai zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017